Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge tipx hilft heute sind wir auf einem account mit 60k macht und ja den namen da oben links den finde ich richtig nice naja auf jeden fall gucken uns erstmal hier die base an sich so an rathaus level 14 ok da kann es natürlich noch keine bessere base bauen aber ich sehe schon du hast zwei drei skins holy shit also das so ein bisschen geld ausgegeben klar auf dem englischen account ist es durchaus ein bisschen oder auf dem englischen server es ist durchaus nicht ganz so teuer sich die skins zu kaufen wie auf dem deutschen aber trotzdem erstmal respekt dafür dass du da halt so viel wirklich auch ausgibst du bist jetzt glaube ich auch gerade dabei die sechste helden basis hier zu holen das ist soweit in ordnung du hast auch die fünf arbeiter das ist ganz gut hier hast du dir schon fast auf level 16 also du bist auf jeden fall auf dem guten wege dir die sechste helden basis zu holen das sollte halt auch dein ziel sein wenn du die sechste helden basis hast danach würde ich dir direkt empfehlen noch mal ein bisschen mehr auf gold mana gold lager zu gehen dazu braucht natürlich auch die mana lager damit du halt dann irgendwann auch die fünf millionen gold sammeln kannst damit du deine helden kostenlos auf evo ziehen kannst beziehungsweise auf die wo ziehen kannst jetzt hast du wahrscheinlich immer games ausgegeben dafür weil ich sehe nämlich schon du hast für 60 km macht schon ein paar evo helden ja auf deinem account perfekt kann man auf jeden fall nichts dagegen sagen das ist wirklich unnormal gut für deinen machbereich und die sind sogar noch relativ hoch gelevelt wie ich jetzt hier gerade sehe okay also hier hast du also hier haben wir wenigstens mal ein der ein bisschen von dem spiel versteht anscheinend also du hast du schon mal den top helden halt ganz vorne also da macht man auf jeden fall auch nichts verkehrt das einzige was ich bemängeln kann ist dass ich dir empfehle halt alle hellen zu ankäppen ich weiß gar nicht zwei millionen okay dann musst du auch wieder games ausgeben um die zu ankäppen dann würde ich dir erst mal empfehlen dass du dann halt die zwei millionen gold sammeln kannst und danach dann die halt zu ankäppen aber wirklich auch bloß zu ankäppen du musst nicht weiter leveln damit die halt immer bei deinen ganzen rates oder spielmodus wo du die halt einsetzt da bekommst du ein ein bisschen erfahrungspunkte und dass die halt dann nicht verloren gehen weil die würden nämlich sonst oder die verpuffen jetzt die ganze zeit hier auf deinem account ja gut dann man merkt dass man auf dem englischen server ist leute man merkt es einfach also gut okay hier bei den artefakten da musste wahrscheinlich noch mal ein bisschen was nachlegen aber ich sag mal so da kann man eigentlich auch nichts gegen sagen weil ich weiß nämlich wie es bei meinem account war da braucht man eine ganze zeit und mit 60 kam macht da kann man nicht viel mehr verlangen also ein dreier artefakt ist vollkommen in ordnung also um mann dann haben wir noch nathen die hat ein neuner skill 6er ballwerk top talent naja top talent nicht unbedingt aber es ist ein gutes talent und die skill höhe leute die skill mann kannst du das kannst du nicht antun ich möchte auch sowas gerne auf meinem account haben warum hat denn stärken 5 stärken als set das ist ja also das macht glaube ich sehr sehr viel spaß auf diesem account zu spielen oh mein gott sorry leute dass ich jetzt ein bisschen zu ja zu laut geworden bin vielleicht aber leute eine gemäxte hüterin finde ich zumindest und damals als hier dieses ich muss gerade überlegen wie das heißt weil ich habe es nämlich nicht auf meinem eigenen account täuschen war das täuschen ich glaube dass sie ist täuschen wenn ich dann könnt ihr mich gerne korrigieren weil das macht ja nämlich den angriff hoch und die ausweichrate erhöht ist und ich finde auf der hüterin die ausweichrate dass das erhöht finde ich gar nicht so schlecht also geil sage ich mal so also das macht wohl auf jeden fall spaß die mitzunehmen oh mann und dann haben wir jetzt muss ich mal kurz gucken was was ja ich habe es gerade mal auf die einbeislung stufe geguckt also top account wirklich dann haben wir in anubis der 10er skill 8 der kriegsgott mit drauf dann ja auch mal ein stärken set mit drauf das ist weiß ich nicht okay wenigstens die achs hast du schon mal gemäxt also das ist wirklich unnormal gut dann hast du hier noch eine rose die hat auch noch ein skin ja neun von zehn also da kann man nichts gegen sagen ist auch ziemlich gut denn sie mehr steinhaut auch schon top talent mit drauf vierer ballwerk set mit drauf dann hier noch mal im auge kann man durchaus auch so spielen und dann hast du leute dieser account der ist krank überlegt man hat 60 kam macht und solche guten helden also das ist wirklich unnormal gut also solche accounts sieht man selten also du weißt wirklich was du hier machst und du hast auch wirklich die top helden das macht glaube ich so unnormal viel spaß den hier diesen account zu spielen weil dieser held ist einfach immer voll mit der energie und der macht einfach immer sein komischen ist dann und naja einfrieren ist es ja eigentlich ne dann noch mal eine fünfer flammenwache warum nicht hat man ja sonst nicht so auf diesem account dann hast du in ele hast du auch auf diesem account oha damit habe ich jetzt nicht gerechnet das ist man entweder gibst du zu viel geld für diesen account aus ich gucke nach der aufnahme mal kurz rein wie viel du ausgegeben hast weil einige mögen das ja nicht so wenn ich das im video zeige aber du musst auf jeden fall schon einiges ausgegeben haben hier für diesen account und glaub mir 60 kam macht und dann schon relativ viel ausgegeben weiß ich nicht ob das vielleicht ein bisschen fragwürdig ich hoffe dir wird nie der spaß an diesem spiel vergehen weil sonst ist nämlich dieses geld halt auch weg du musst wirklich auch überlegen ob du halt dieses spiel auch ein paar jahre spielen möchtest weil sonst macht es nämlich keinen sinn dort was zu investieren zumindest so finde ich das ich investiere durchaus manchmal gerne in dieses spiel jetzt gerade so im moment nicht mehr aber es hat auch einen grund weil ich halt auch dieses spiel gerne spiele weil ich halt hier auch ja durchaus auch zuschauer habe denen das auch so interessiert was ich auf meinem account mache und ja das sind halt auch diese einflussfaktoren die damit rein fließen also ein ele auf diesem account so weit schon mit top talent also so hier haben wenn ronan das ist jetzt eigentlich das beste beispiel in beim letzten tippex hilf video habe ich nämlich gesagt gehabt den ronan erst hochziehen wenn er ein achter verbrennen mit drauf hat weil vorher ja kannst du ihn leider nicht so gut einsetzen weil hier hat er nämlich eine 35 prozentige chance dass das talent überhaupt auslöst und das ist finde ich noch ein bisschen zu wenig aber leute meckern auf hohem niveau kirina siebener skill vierer kriegsgott vom skill her sind die so hoch das ist und dann hast du den schweren schlag mit drauf okay ich muss mal kurz über ich überlege mal ganz kurz warum da schwerer schlag drauf ist weil ich meine ich sage mal so ich selbst habe ein heißen der noch mal reichen genau reichen erst vorgestern oder so gezogen gehabt auf meinem hauptaccount der ist noch level 20 habe ihn noch nicht weiter getestet oder so doch ich habe den schon mal auf mal auf einem anderen account getestet klar aber aber einen schweren schlag interessant sage ich mal so interessant kannst mir gerne mal reinschreiben in die kommentare was du dabei gedacht hast warum du das hochgezogen hast wird dadurch denn die koma dings erhöht ich glaube nämlich nicht ich weiß es gerade gar nicht genau weil ich noch nie einen schweren schlag hochgezogen habe muss ich ganz ehrlich so sagen da muss ich leider passen also ich weiß auch nicht alles so rock nur der hat ein 3er skill 4 steinhaut dadurch dass du aber den zesquatch hast würde ich den rock nur erstmal da lassen die alternativ hast du noch meinen anderen rock nur zwei hochgezogen okay sie am besten einen hoch glaube ich das macht am meisten sinn rymphien hat auch schon mal ein top talent mit drauf michael ja da könnte man natürlich auch noch mal überlegen ob man den noch mal ein bisschen höher zieht aber ich komme gerade nicht klar weil du hast hier 1 2 3 4 5 6 6 evo helden auf diesem account der 60 kam macht hat und noch nicht mal fünf millionen gold sammeln kann du kannst auch nicht mal zwei millionen gold sammeln also also das ist schon mal eine hausnummer dann hast du einen kürbis der schon das top talent mit drauf ich sag mal so kürbis und bär sie ist normal und jetzt ist ja normalerweise immer viel mit stärken oder regenerieren sowas spielt man jetzt normalerweise immer auf dem pd aber wer sie ist natürlich nicht unbedingt schlecht das problem ist du brauchst noch nicht mal ein pd auf deinem account zumindest jetzt noch nicht in deinem macht bereich ich glaube ab 80 kam macht kannst du vielleicht überlegen die mal hochzuziehen aber vorher weiß ich nicht du hast ja so viele andere gute helden die viel mehr bock machen so nach motto und arktika ist auch diesem account na klar espirita hast du auch auf diesem account espirita habe ich sehr sehr gute erfahrungen mitgemacht wenn du bei den dungeons weiterkommen möchtest macht unnormal viel spaß und ist unnormal gut ergänzt sich super mit dem anubis auch alternativ als anubis ersatz oder wie auch immer also das ist wirklich unnormal gut dafür musste aber dann natürlich auch den pd hochleveln damit du halt bei den dungeons die halt alle weg prockst zumindest so habe ich die erfahrung gemacht weil die espirita braucht nämlich den buff damit halt auch der mensch halt ankommt bei den gegnern und verpufft das irgendwie rein keine ahnung sonst kommt da kaum was an so gleich mal ganz natürlich auch auf diesem account ruida auch schon top talent kalypso das tut ein bisschen weh weil die hat nämlich ein eingebautes fünfer verlangsamen normalerweise spielt man auf der schwerer schlag also wie gesagt hier ist die leider talentlos aber ich sag mal so früher hatte ich auch immer gedacht dass die oder dass das top talent dafür langsam drauf ist aber es ist leider nicht so dass nämlich schwerer schlag top talent aber du machst so viele andere sachen richtig da sei dir mal verziehen dass das hier aber es tut schon ein bisschen weh wenn man jetzt mal so über nachdenken tut schon ein bisschen weh es kreis doch auf diesem account gargoyle hast du auch okay gargoyle wäre vielleicht sogar dein nächstes projekt was ich dir empfehlen würde hochzuziehen oder du bist halt gerade bei den ja den ehle hochzuziehen okay na gut seid ihr mal verziehen macht den ehle erstmal hoch glaubt mir das macht schon spaß klar jetzt auf meinem hauptaccount habe ich ja auch ein ehle da benutze ich den ja immer seltener sag ich mal so der hat bei mir 900 skill 8er kg genauso wie bei dir wo es das meine halt auf die wo ist ane deiner hat was ein 5er kg naja gut ja man kann ja nicht alles haben ne walla walla hast du auch noch mal einen zweiten mit dem 5er quicken kann man machen ne und ja okay die restlichen hellen die sind gar nicht mehr so relevant ne also hat es glaube ich doch durchaus eine hüterin warte mal habe ich davon im hüterin auch gesehen habe ja gut hüterin macht auch spaß lohnt sich auf jeden fall auch die hochzuziehen musste selbst entscheiden ich denke mal du bist jetzt gerade er so gehypt auf den ehle kann ich aber auch nachvollziehen weil der nämlich auch spaß macht jetzt noch mal dings ok also ich muss jetzt erstmal auf mein leben klarkommen also das ist wirklich weiß ich nicht was soll wie soll ich den account beschreiben für die macht bereich top 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 da kann man gar nicht mehr meckern sag ich mal so jetzt interessiert mich natürlich noch wie oder wie gut du bei den wichtigen spiel modis bist also bei den dann ist es oder bei den wellen mal gucken also ok ja ich habe schon also ich glaube das video wird dann vielleicht am montag hochgeladen oder vielleicht sogar noch heute muss ich gucken weil ich habe nämlich auch ein video noch gemacht gehabt wo ich halt den dungeons bisschen mache für die dungeons da fehlt dir der eros und der pd das sind durchaus noch die wichtigen helden und die restlichen helden hast du schon soweit die braucht man dann gar nicht weiter hochziehen weil der dann werde mich auf jeden fall der vier zähne auch drin aber dadurch dass du so viele andere top helden hast die spaß machen und bock machen zu spielen weiß ich nicht also aber ich kann eigentlich nur immer weiter sagen eros mit dem fünferquicken neuner skill wenn du den einmal so fertig hast ja kannst du den so lassen du musst du noch nicht mal auf evo ziehen oder so man kann ihn schon so immer mitnehmen weil du willst eigentlich sowieso bloß den ersten buff haben vom eros und ja wenn du den buff dann halt hast dann kann er von mir aus sterben für diesen dungeon weil ja und den rest machen halt die anderen helden und pd ist natürlich auch noch mal wichtig damit die helden halt auf speed kommen und du halt genügend damage fahren kannst was anders ist es eigentlich nicht gut ich muss mal kurz gucken ok helden war es noch nicht hochgezogen seite verziehen weil du willst mich auf die sechste helden basis gehen das ist eine richtig gute entscheidung kann ich nur so weiterempfehlen auch die türme erst hochziehen wenn du die sechste helden basis hast hier diese mit dem fragezeichen dingen hier die herumlaufen würde ich auch immer erst aktivieren entweder wenn da ehre ist so wie hier zum beispiel oder wenn du halt die sechste helden basis hast oder wenn du halt gerade keine anderen gebäude hast die du hochziehen möchtest was nachher natürlich im späteren spielverlauf denn erst zutreffen wird vorher kann ich kann ich jedem davon abraten hier diese dinger dazu bauen weil du willst halt deine helden halt hochziehen und das ist unheimlich wichtig so dann ist ja noch mal wichtig wie weit du hier bist weil du hast nämlich ziemlich viele hellen auf level 100 eingemeißelt okay hier bist du könnte man vielleicht also hier wirst du glaube ich nicht was du machst halt die spielmodus die spaß machen kann man ganz ehrlich so sagen du machst hier oben ein bisschen wenig da ist noch mal ein bisschen mehr drin da eigentlich ist der spielmodus wichtig aber dadurch dass du dir halt so viele firmware sets und so schon gekauft hast da fällt das natürlich wieder so ein bisschen hintergrund und aber für free to play spieler ist der spielmodus hier oben rechts für die runen und sowas alles richtig wichtig so viele interessiert ja auch noch mal hier das lagerhaus da gucken wir noch mal ganz kurz rein na gut hast du mal ein paar aufwertung steinchen evolutionsruhen also du kannst eine ganze menge helden evolvieren klar warum denn nicht und technisch ja jetzt noch mal ein vierer set okay ja relativ abgebrannt sage ich mal so von den ruhen die du jetzt hier noch drin hast vielleicht hast du einige zu wappen gemacht okay hast du alles vollgemüllt hier hast du noch ein 3er regenerieren was hast du auf dem pt ach nee du hast ja dein pt noch gar nicht so weit hochgezogen dann kann ich dir empfehlen wenn du den pt ein bisschen hoch ziehst pack dir mal das 3er regenerieren mit drauf weil das bewirkt ja wenn der pd angegriffen wird dass die energie schneller hochgezogen oder ja besser wird oder wie auch immer also das ist und das natürlich auch die erhaltene heilung besser wird also regenerieren kann ich dir so weit empfehlen auf dem pd zu spielen macht sehr sehr viel spaß denke ich mal ich habe kein regenerieren aber was ich so von also auf youtube gesehen habe der geht richtig ab glaubt mir gut aber ich würde sagen was ist eigentlich auch schon wieder mit diesem krassen video also ich glaube heute komme ich ja gar nicht drauf klar also dieser account ist sowas von unnormal gut gute helden sind drauf die helden level sind in ordnung die skill level sind in ordnung überdurchschnittlich hoch muss man dazu sagen also so ein account sieht man wirklich sehr 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 selten gut einmal tief durchatmen und ja da würde ich sagen haut rein und bis zum nächsten video ciao bis zum nächsten video bis zum nächsten video